In diesem Video schauen wir uns die Bedeutung der Karte, die Neun der Kelche, an. Kelchkarten werden den Wasserzeichen zugeordnet, also Fische, Skorpion und Krebs. Und Kelchkarten stehen für Fülle, Erfüllung, finanziell, materiell, emotional, also innere und äußere Erfüllung und oder Fülle. Schauen wir uns die Karte an. Wir sehen hier jemanden, der vor Neun Kelchen sitzt, ganz fröhlich dreinschaut und offensichtlich sehr stabil und gefestigt dort sitzt. Die Neun der Kelche symbolisiert damit eben die Erfüllung des Glück, die Verwirklichung von Wünschen. Aber eben auch die Geselligkeit. Da sind neun Kelche, eine Person, da werden also noch andere Menschen sein, die sich an den Kelchen auch bedienen können. Das kann ausdrücken, dass jemand oder einige hinter einem stehen. Je nachdem im Kontext, wenn da andere Karten drumherum liegen, die negativ anzeigen. Und auch je nach Fragestellung natürlich kann es auch bedeuten, dass einem jemand in den Rücken gefallen ist. Die Karte generell drückt die Erfüllung von Träumen und Wünschen aus, insbesondere im emotionalen und spirituellen Bereich. Kann sein, dass man sich in einer Phase des persönlichen Glücks, der Zufriedenheit befindet, eigene Wünsche gehen in Erfüllung, aber eben auch dieses, ja, sich in der Öffentlichkeit zeigen. Ja, vielleicht auch Projekte, die in die Öffentlichkeit getragen werden und dort zur persönlichen Erfüllung führen. In Bezug auf Persönlichkeit kann die Karte neun der Kelche darauf hinweisen, dass man eine Phase des inneren Glücks, der emotionalen Zufriedenheit erlebt, dass man das eben auch durch den Rückhalt oder die Rückendeckung anderer erreicht hat. Die Karte ermutigt uns dazu, die positiven Aspekte des Lebens zu schätzen, sich auf persönliche Erfolge zu konzentrieren und auch eben die erreichte Fülle oder Erfüllung zu genießen. Dementsprechend symbolisiert die Karte, oder betont besser gesagt die Karte, eben auch die Bedeutung von Selbstliebe, von innerer Harmonie, ja, von Ich kann nicht zeigen, weil ich bin zufrieden mit mir, so wie ich bin, ich bin authentisch. Die Karte erinnert daran, dass wahres Glück oft aus inneren Quellen kommt und nicht ausschließlich, ja, von äußeren Umständen abhängt. Gleichzeitig warnt die Karte aber eben auch davor, nicht arrogant und selbstgefällig zu werden. Es ist wichtig, die Erfüllung von Wünschen mit Dankbarkeit zu betrachten und sich bewusst zu machen, dass das Glück nicht immer konstant ist. Und auch eben die Menschen zu schätzen, die einem den Rücken freigehalten haben oder gestärkt haben, um seine Ziele zu erreichen. Insgesamt verkörpert die Karte die Neuen der Kälte, also die Energie von Glück, Zufriedenheit, Erfüllung von Wünschen, die Geselligkeit, die Öffentlichkeit. Die Karte ermutigt uns dazu, die positiven Aspekte des Lebens zu schätzen, sich eben auf das innere Wohlbefinden zu konzentrieren, die erreichte Erfüllung in vollen Zügen zu genießen. Ja, rauszugehen, sich zu zeigen und auch mutig Projekte ins Leben zu bringen, in die Öffentlichkeit zu tragen. Wenn ihr mehr zu der Karte Neuen der Kälte erfahren möchtet, tiefer in die Bedeutung einsteigen möchtet, dann klickt auf den Link in der Videobeschreibung. Da gelangt ihr dann zum fast 660 Seiten langen Lern-E-Book. Das ist quasi die Erweiterung zu den Videos. Da findet ihr übersichtlich gegliedert in kleine, gut lernbare Häppchen verpackt. Ganz, ganz viel an, ja, weiterer Bedeutung zu allen Tarotkarten. Schult eure Intuition, das ist immer ganz, ganz wichtig. Werd nicht müde, das zu sagen. Und ansonsten weiterhin viel, viel Spaß beim Tarotlernen. Alles, alles Liebe und bis ganz, ganz bald.